Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, macht Ferien auf einer Luxusjacht. Dafür erntet sie Kritik von ihren Fans. Seit ihrem Sieg bei Let's Dance ist Anna Ermakova, 23, in Deutschland ein echter Star. Nun erntet die Tochter von Boris Becker, 55, heftige Kritik. Grund, ihre Fotos aus den Ferien. Richtig gehört, das Model macht gerade Urlaub auf Sardinien, I, und sorgt damit für Diskussionen. Die 23-Jährige zeigt sich beim Sonnenbaden, beim Planschen im Wasser oder beim Luxusnacht auf einer Yacht. Doch nicht alle mögen dem Bäcker Spross die entspannten Tage gönnen. In den Kommentaren wird Annas Urlaub spaßheftig kritisiert. Liebe Anna, wir lieben dich. Aber vielleicht solltest du trotzdem auch mal ein paar Fotos zeigen, auf denen du arbeitest. Ein zweiter Fan schreibt. Vielleicht wäre es schön, mal nicht so viel Luxus darzustellen. Denn anderen Menschen geht es nicht so gut. Eine weitere Followerin kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Warum darf sie das nicht zeigen? Sie arbeitet hart für ihr Geld. Tatsächlich geht es für die Tochter von Boris Becker schon bald wieder zurück zur Arbeit. Das Model wird in der neuen Staffel von Das Supertalent, neben Dieter Bohlen, 69, in der Jury sitzen. Das ん. Das Wort ist gut. Ich möchte die Outipples Tief zum 하는, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020